Kürstenball-Sandrück-Windrich-Nürnstein-Einst. Noch einmal die Station Wetterburg. Und in Begleitung eines weiteren ganz hervorragenden Sohnes des Kürstenball. Die Mutter hier auch mit Sandro-Hitglut über Sandro-Mantico. Dann nochmal Holsteiner Blut-Einfluss über Galando-Einst und Tvork-Arno. Auch er ist einer der großen hervorragenden Kürstenball-Söhne auf der letzten westfälischen Führung. Er ist im Besitz der EOS Range in Brainbridge Island in Washington, in den Vereinigten Staaten. Ich bin diesem Jahr hier auf der Hauptführung verkauft worden. Aus diesem Stamm schon viele hoch erfolgreiche Pferde. Ganz hinten trifft die Wetterstamm zu diesem hochleistenden Stamm. Fürstenzauber wird auf der Station Röhring in Borken. Versamt dort steht eben zur Verfügung dieser hofnoblen Fürstenball San Romantico. Und so San Romantico, so heißt es richtig. Ja, zwei Youngster hier aus dem Jahrgang 2013, die werden beide noch drei. Und da kann man einfach sehen, wie wertvoll dieses Blut ist. Pferde, die nicht nur über sehr gut den Grundgang anverfügen, sondern auch noch, wie man so salopp sagt, klar bei Verstand sind. Es nützt alle Qualität nicht, wenn man jeden Morgen wieder das Gleiche üben muss. Und sie einfach dumm sind, nichts behalten können und immer wieder dummes Zeug machen. Das wird auf Dauer dann nichts. Dankeschön, ihr beiden. Das soll uns absolut genügen, diesen jungen, dreijährigen Fürstenball-Söhnen, Fürstenzauber. Das wird auf Dauer, auf Dauer, auf Dauer. Das wird auf Dauer, auf Dauer.